Hurra, die Rezession kommt, das ist heute offenkundig das Motto der Wall Street und damit herzlich willkommen meine Damen und Herren zum Marktgeflüster. Warum ist das das Motto? Weil wir heute das einzig relevante Konjunkturdatum, das veröffentlicht wurde, heute regelrecht haben abstürzend sehen, nämlich den New York Empire State Index. Ich will Ihnen das hier mal zeigen, als Grafik, hier die obere Grafik, das ist die Veränderung zum Vormonat und die war so groß, dieser Index ist so stark abgestürzt wie noch nie in der Geschichte von 17,0 plus 17,0 wohlgemerkt auf heute minus 8,6, das gab es in der Form noch nie. Und es sind vor allem die neuen Aufträge, die massiv eingebrochen sind, von 9,6 auf minus 12, also rückläufige Auftragseingänge und das ist natürlich kein so furchtbar gutes Omen. Und jetzt denkt sich die Wall Street, naja, schlechte Daten sind gute Daten, weil dann die Fed gezwungen sein wird, die Zinsen doch zu senken und man quengelt ja schon eine ganze Zeit lang hin und sagt sich, siehst du, wir haben doch jetzt große Schmerzen, nachdem ein paar Einkaufsmanager-Indizes und die US-Arbeitsmarktdaten zuletzt nicht so gut waren, da muss die Fed jetzt aber agieren, man ist sehr schnell gewechselt vom Goldilocks-Szenario, Fed wird die Zinsen nicht mehr anheben, Wirtschaft ist super stabil und die Inflation niedrig, jetzt hin zu, oh, die Wirtschaft, die säuft ab, also muss die Fed jetzt ganz, ganz dringend und schnell agieren, drei Zinssenkungen erwartet man für dieses Jahr. Und diese Grafik von Morgan Stanley, die hier vor allem die Einkaufsmanager-Indizes abbildet und als Frühindikator hier einen massiven Absturz im Juni vorausgesagt hat, die scheint sich jetzt ein bisschen zu bewahrheiten. Aber reicht das, damit die Fed jetzt schon die Zinsen senkt? Erstens wird man wahrscheinlich abwarten wollen, ob es in Sachen Handelskrieg nicht doch einen Deal gibt. Apropos Handelskrieg, hier haben wir heute eine interessante Meldung bekommen, nämlich eines Erdbebens hier in der Grenzregion zwischen China und Nordkorea. Die Chinesen haben dann später gesagt, nein, 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 das waren nicht die Nordkoreaner. Da hatten wir ein kleines Explosionchen irgendwo im Norden des Landes. Aber Fakt ist, dass heute berichtet wurde, dass Xi Jinping am 20. und 21. nach Nordkorea reist, um dort Kim Jong-un zu treffen. Und das ist natürlich ein völlig klares Zeichen. Eine Woche vor dem G20-Gipfel an die Amerikaner. Seht her, wenn ihr in Nordkorea was erreichen wollt. Das geht nur über uns. Und das ist faktisch offenkundig das symbolische Angebot. Pass mal auf, wenn du Huawei zurücknimmst, Donald Trump, wenn du die rote Linie, die du überschritten hast mit dem Huawei-Bahn, wenn du das aufheben würdest, dann könnten wir auch mit Nordkorea mal wieder sprechen, sodass du wieder schöne PR machen kannst, dich mit Kim Jong-un treffen kannst und wieder deinen besten Freund feiern kannst. Da ist es ja in letzter Zeit relativ still geworden, um diese so herzliche Männerfreundschaft. Man hört relativ wenig. Die Nordkoreaner, genauer gesagt, hatten ja ein kleines Raketentestchen vor einigen Wochen absolviert. Und jetzt ist das also ein symbolischer Akt, dass ausgerechnet vor dem G20-Treffen eben Xi Jinping jetzt nach Nordkorea reisen wird. Also, was wird die Fed tun? Das ist die große Frage. Wir haben nach wie vor eine massive Abweichung der Fed Fund Futures. Ich hatte diese Grafik heute Morgen im Video aus Blick schon gezeigt. Hier in blau und den Dotplots, also den Zinserwartungen der Fette selber. Die Fed hat noch eine Zinsanhebung für 2020 im Programm. Die dürfte sie am Mittwoch streichen. Das ist das Mindeste, was man erwarten kann. Aber wird sie wirklich so stark den Märkten folgen in diesen Zinssenkungsfantasien? Das ist die große Frage. Ja, wir hatten schwache Arbeitsmarktdaten am letzten Freitag, vorletzten Freitag. Wir hatten heute den New York Empire State Index. Aber wir haben eben am Freitag auch dann letzten Freitag eben den US-Konsum gesehen, der sehr robust war. Also insgesamt geben es die Daten eigentlich nicht her, dass die Fed so aggressiv vorgeht. Die Frage ist, ist der Absturz jetzt so stark, den wir im Juni sehen werden, dass das möglicherweise dann doch der Auftakt ist. Aber dazu müsste die Fed eben dann am Mittwoch schon direkt ankündigen, eigentlich, dass sie die Zinsen senkt. Denn es hat die Fed in ihrer Geschichte noch nie gemacht, dass sie sozusagen aus der hohlen Hand die Zinsen gesenkt hat. Jetzt gibt es zwei Stoßrichtungen, zwei Erwartungen, die Märkte. Die erste ist, dass die Fed sozusagen vorausschauend schon mal die Zinsen senkt. Das hat sie in den 90er Jahren gemacht. Oder ob sie praktisch nachlaufend, der Wirtschaft nachlaufend die Zinsen senkt. Das hat sie in den 2000er Jahren gemacht, vor allem 2001 im Gefolge des Platzens der New Economy und 2008 im Gefolge der Finanzkrise oder mit der Finanzkrise. Ist die Fed also jetzt wirklich schon bereit, einen Schritt voraus zu machen oder wird sie erst mal reagieren auf das, was kommt? Ich meine, dass die Fed jetzt schon sehr viele Konzessionen an die Märkte gemacht hat. Und wenn sie jetzt noch mal eine Konzession macht, indem sie vorausschauend schon mal ins Blaue hinein die Zinsen senkt, dann im Grunde jeden Anschein von Unabhängigkeit gegenüber den Märkten eigentlich verlieren würde. Wir werden sehen, wie es kommt. Jedenfalls sehen wir in der Eurozone heute wieder mal einen neuen Rekord. Die Inflationserwartungen in den sogenannten 5-4-5-4-Forwards, also der Inflation, die in fünf Jahren, in den nächsten fünf Jahren dann kommen wird. Das bedeutet im Jahr 2024 bis 2029, da sind wir heute auf 1,12 Prozent gefallen. Das ist ein absolutes Allzeit-Tief und die EZB zumindest ist schon sehr, sehr nervös. Man betont immer wieder durch verschiedene Sprecher, so auch heute Benoit Curé, das französische EZB-Direktorumsmitglied, dass man ja unglaublich viele Instrumente habe, ja welche, denn jedenfalls zeigt es einmal mehr, dass die Medizin, die die EZB, wie auch die FED, wie auch vor allem die Bank of Japan gegeben haben, mit diesen Niedrigzinsen, mit den Negativzinsen nicht wirklich hilft. Und die Antwort ist jetzt, wir erholen die Dosis, wir packen einfach das doppelte Volumen drauf. Eine Medizin, die offenkundig eher schädlich ist, als wirklich nützlich ist, ob das gut gehen kann, da habe ich meine Zweifel. Abschließend vielleicht noch, in Sachen, ob das gut gehen kann, wir haben jetzt in Sachen Steuerreform in den USA, die ja vielleicht dazu geführt hat, dass diese Rezessionswahrscheinlichkeit in den USA ein bisschen später eintritt, also später eintritt als in China, später als in Europa, dass die zu einem massiven Fall geführt hat, der Einnahme von Unternehmenssteuern durch den amerikanischen Staat, 31 Prozent ist es gefallen, in 2018 doppelt so viel, wie eigentlich die Prognostiker, vor allem seitens der Trump-Regierung gesagt haben. Und man hat eigentlich vorher gesagt, dass in 2019 dann die Steuereinnahmen wieder sich deutlich erhöhen werden, ist bisher aber noch nicht passiert. Schauen wir uns jetzt mal die Dinge an den Märkten an. Da starten wir mit dem S&P, eigentlich eine Seitwärtsbewegung, die wir derzeit erleben. Wir sehen, dass sich da nicht so wahnsinnig viel bewegt, alles wartet auf die Fed. Wir sehen aber Bewegung, vor allem beim Nasdaq, wenn ich Ihnen diesen Index zeigen darf, der zwar jetzt hier ein rotes Kerzchen produziert, aber dennoch der Nasdaq heute mit plus 0,7 Prozent, mit dem Russell 2000, also diesem US-Nebenwerteindex, der stärkste Index, weniger stark der S&P, den wir vorhin gesehen haben, und der Dow Jones, der aktuell bei 26.133 Punkten handelt. Was macht der DAX aus der Geschichte? Der ist nach wie vor in dieser Zone um 12.100 Punkte, mal drüber, mal drunter, heute belastet durch die Lufthansa mit dieser saftigen Gewinnwarnung, die die Aktie in der Lufthansa phasenweise um 11 Prozent nach unten gedrückt hat. Größter Kursverfall seit dem Jahr 2014. Der Euro, der kann sich ein bisschen erholen von den Verlusten des letzten Freitags. Wir sind aktuell bei 1.1233. Gold hält sich tapfer bei 1.341 und das amerikanische Crude Oil. Das ist bei 52 Dollar und 39. Es bleibt dabei, alles wartet auf die FED. Es ist unwahrscheinlich, dass vor der FED irgendeine Richtungsentscheidung fällt. FED ist das erste Thema und wenn wir das hinter uns haben, dann wird alles hinfiebern auf den G20-Gipfel, aber die FED ist wahrscheinlich noch wichtiger im kurzen wie auch im mittelfristigen Zeitfenster. Von daher vor Mittwoch wohl keine wirkliche Richtungsentscheidung an den Märkten. Ich wünsche einen sonnigen Feierabend und sage Ciao.